ach f*** dich ja der ist aber super low der maverick wo ist denn der? der war auch auf der treppe da ich glaube hinter dir ja ach schau doch wieso rennt denn der da weg stimmt ja auch du hast recht jo der rentt ja an mir vorbei naja da war der weiter vorhin noch aber dann stimmt der ist ja an mir vorbei wir sind noch an einem kleinen flur oh der piekt der piekt da oben übrigens durch den dings rein da soll ich da nicht hin ja wo waren eigentlich die bombe nein ach shit ich hab sie jetzt liegen lassen ach so er ist der headshot vor allem der zweite auch gleich da ist einer hinter dem ding vorsicht piek danke nächster headshot ich will doch nicht hat einer eigentlich die bombe hier die bombe zum blenden wo ist denn hier die bombe DG komm mal her zu spät komm mal her Javier nein links TG oh Gott TG ist tot nein doch ja links ist offen du bist offen da ist offen aber jetzt sieht das gerade aus hier wo ist denn der? rechts oder links? links wer guckt es biegt oh cavera ok da ist da oben glaube ich oder? die schrie zumindest ja ja ist das kugloch da gebastelt oder waren die das? keine ahnung warum sollten die im kugloch basteln hier ist frost hier ist noch einer ach Millimeter daneben ey ich versuch mal ne granate da rein zu werfen wo ist denn einer? noch eine ah da was für irgendwo da warte mal kurz ja oh hier dann ja da warte mal Ora vor 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 Was ist das? 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 Was ist das?